In diesem Video geht es um die besten Akkubohrer. Der Qualitätssieger in unserem Akkubohrer-Test geht an den Bosch GSR 12V. Das Professional 12-Volt-System kombiniert kompakte Leistung mit kürzesten Abmessungen und minimalem Gewicht, um ihre schwierigsten Arbeiten zu erleichtern mit professionellen Werkzeugen, der stärkste Akku aller Zeiten und den schnellsten Ladelösungen. Dieses Werkzeug ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und Ladegeräten kompatibel. Umfassende Flexibilität durch Bosch Flexi-Click 5-in-1-System meistert jede Herausforderung die optimale Lösung für jede Arbeitssituation. Längere Lebensdauer, optimale Kraftübertragung und weniger Verschleiß dank Vollmetallgetriebe-Konstruktion. Der Akkubohrschrauber GSR 12V wurde für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Bosch GSB 18V. Der Akkuschrauber GSB 18V 21 bietet professionelle Leistung dank 55 Nm Drehmoment. Einstiegsmodell mit austauschbaren Kohlebürsten und Vollmetallgetriebe zum Bohren, Schlagen und Schrauben. Flexible Einsetzbarkeit durch 13 mm Spannfutter und LED-Licht zur Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche. Professional 18-Volt-System. Ultimative Performance, maximale Freiheit. Alle Akkus sind mit und existierenden Bosch Professional Werkzeugen der gleichen Spannungsklasse kompatibel. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Akkubohrer-Test ist der Bosch GSR 12V. Das Professional 12-Volt-System kombiniert kompakte Leistung mit kürzesten Abmessungen und minimalem Gewicht, um ihre schwierigsten Arbeiten zu erleichtern mit professionellen Werkzeugen, der stärksten Akkus aller Zeiten und den schnellsten Ladelösungen. Mit nur 169 mm Kopflänge liefert der GSR 12V 15 eine optimale Handhabung, vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen. Sein hartes Drehmoment von 30 Nm und 0 bis 1300 Umdrehungen pro Minute sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Größe und Leistung. GSR 12V 15 wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das kompakte Design von GSR 12V ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Das geringe Gewicht ermöglicht ermüdungsloses Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.